herzlich willkommen zu meinem erklärvideo aus der reihe geschichte kurz und einfach erklärt heute geht es um das kapitel der erste weltkrieg im zusammenhang mit dem thema neuzeit wie immer findest du in der video beschreibung hinweise wo du den text beziehungsweise das skriptum zum video und übungsmaterialien finden kannst da das video auch anhalten neu starten oder zurückspulen kannst wirst du ganz nach deinem eigenen tempo die inhalte sicher gut verstehen können der erste weltkrieg am ersten weltkrieg 1914 bis 1918 waren 40 staaten und ungefähr 70 millionen soldaten beteiligt annähernd 17 millionen menschen soldaten und zivilbevölkerung also jener teil der bevölkerung die keine soldaten sind starben damals weltweit durch unter anderem kämpfe hungersnöte und krankheiten der imperialismus hatte mit seinen merkmalen des perfilen staaten vorhandenen großmacht strebens den wunsch nach gebietserweiterungen dem kolonialismus und dem wettrüsten die wahrscheinlichkeit für einen großen bewaffneten konflikt enorm erhöht im juni 1914 am 28 juni 1914 wurde der österreichische thronfolger franz ferdinand und seine frau sophie von serbischen nationalisten in sarajevo ermordet dieses ereignis führte zur kriegserklärung von österreich-ungarn gegen serbien viele menschen der am krieg teilnehmenden länder erwarteten einen kurzen krieg und einen raschen sieg ihrer eigenen armee deshalb entschied nicht nur die politischen führungen der länder bewusst für den krieg sondern auch große teile der bevölkerung wurden von einer enormen kriegsbegeisterung erfasst da österreich ungarn und serbien wiederum mit anderen staaten verbündet waren und sich weitere mächte wie italien bulgarien und die usa während des krieges an den kämpfen beteiligten kam es zu einer enormen ausweitung des konflikts die sogenannten mittelmächte also österreich ungarn deutsches reich osmanisches mit 138 millionen einwohnern kämpften gegen die entente also frankreich russland großbritannien mit einer bevölkerung von 708 millionen menschen 1915 schloss sich bulgarien der mittelmächten und italien der entente an österreich ungarn war dadurch gezwungen unter anderem seine südgrenze in tirol gegen italien zu verteidigen es kam zum gebirgskrieg von 1915 bis 1918 entgegen dem zu kriegsbeginn 1914 von den bevölkerungen der europäischen länder erwarteten kurzen krieg mit dem raschen fortschreiten der eigenen armeen es gab also keinen blitzkrieg kam es zu einer jahrelangen auseinandersetzung es kam zu einem sogenannten stellungskrieg bei dem es trotz hunderttausender toter über jahre hinweg kaum gegenseitige gebietsgewinne gab und sich deshalb in zahlreichen schlachten die soldaten schützengräben über monate hinweg bei einem weitgehend gleichbleibenden frontverlauf bekämpften man spricht im zusammenhang mit dem ersten weltkrieg von einem industrialisierten krieg der erstmals in der geschichte mit den mitteln der modernen industrie wie unter anderem der massenproduktion dem einsatz moderner waffen wie zum beispiel flugzeugen und panzern und chemischer kampfstoffe wie zum beispiel kiffgas gekämpft wurde davon der gesamten bevölkerung und nicht wie in den kriegen davor hauptsächlich von den soldaten eine totale kriegsanstrengung abverlangt wurde spricht man von einem totalen krieg oder einem volkskrieg so mussten wir mussten möglichst viele wehrfähige also zum kampf geeignete männer als soldaten kämpfen und die übrige zivilbevölkerung zum beispiel in der rüstungsindustrie und lebensmittelversorgung arbeiten da sehr viele männer als soldaten ihren bisherigen arbeitgebern als arbeitskräfte verloren gingen wurden frauen dazu gezwungen deren stellen in den betrieben zu übernehmen da die produktion von lebensmitteln waren waffen und munition in ihrer heimat fortgeführt werden musste frauen waren zum beispiel durch ihre tätigkeit in der rüstungsindustrie der führung des haushalts und der versorgung der kinder einer mehrfachbelastung ausgesetzt 1917 wurde mit der februar revolution der russische zar also kaiser nikolaus der zweite aus der herrscherfamilie der romanovs gestürzt und eine demokratische republik eingeführt mit der sogenannten oktoberrevolution übernahmen die kommunisten im november 1917 unter ihrem führer lenin gewaltsam die macht und errichteten in russland eine diktatur im märz 1918 schloss russland mit dem friedensvertrag von brest-litovsk frieden und beendet damit seine teilnahme am ersten weltkrieg ab 1917 nahm die welt macht usa an der seite der entente am ersten weltkrieg teil mit der zunahme der kriegsdauer und endgültig mit dem kriegseintritt der usa wurde die militärische und wirtschaftliche überlegenheit entente und der mit ihr verbündeten staaten gegenüber den mittelmächten so groß dass diese sich ab oktober 1918 ergeben mussten da die durch den krieg entstandenen enormen zerstörungen wirtschaftlichen problemen millionenfache tote und verwundete und die zwischen den staaten blutig ausgetragenen konflikte in jahren nach 1918 nicht überwunden werden konnten kam es aufgrund enormen politischen unzufriedenheit in den jahren und jahrzehnten danach zu weiteren krisen kriegen und politischen diktaturen deshalb bezeichnet man den ersten weltkrieg auch als eine urkatastrophe des 20 jahrhunderts vielen dank für deine aufmerksamkeit im nächsten video geht es dann um das thema die folgen des ersten weltkriegs